Herzlich willkommen! Im heutigen Video sprechen wir über Dogecoin auf Coinbase, die fünf heißesten Kryptos auf Twitter, Rekordeinnahmen beim Ethereum-Mining sowie abschließend ein Elektroauto, das während es lädt und parkt Kryptowährungen meinen kann. Diese Woche haben wir außerdem ein Gewinnspiel, da wir euch als tolle Community etwas zurückgeben möchten. Unter allen, die das Video bis zu Ende sehen, es liken und einen Kommentar abgeben, verlosen wir jede Woche eine Million Satoshis an Bitcoin, was umgerechnet derzeit etwa 300 Euro entspricht. Die Gewinner geben wir nächsten Montag bekannt. Damit herzlich willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Denn du willst Geld mit Kryptowährungen verdienen und wir halten dich über alle internationalen Analysen, News und Trends auf dem Laufenden. Klicke auf den Like-Button, um uns zu unterstützen und abonniere den Kanal, damit du immer informiert bleibst. Wenn du verschiedene Börsen benutzt und alle deine Positionen unter einem Dach haben möchtest, empfehlen wir dir Atani. Mit Atani kannst du bis zu 20 Börsen gleichzeitig handeln. Neben der Möglichkeit zu handeln, ist es auch möglich, Steuererklärungen und Portfolio-Management komplett über Atani abzuwickeln. Die Verwaltung verschiedener Positionen über verschiedene Börsen hinweg wird dadurch enorm vereinfacht. Wir sind von der Vielseitigkeit dieses Tools begeistert. Den Link zu Atani findest du unter dem Video. Lasst uns direkt mit dem ersten Thema loslegen. Dogecoin steigt nach Coinbase-Listing weiter um über 20 Prozent. Dogecoin feierte gestern endlich sein Debüt auf Coinbase und konnte seitdem erfreuliche Kurssteigerungen verzeichnen. Den Coinbase-Usern wurde mitgeteilt, dass sie damit beginnen könnten, Doge auf ihre Coinbase-Konten zu übertragen. Der eigentliche Doge-Handel soll dann ab dem 3. Juni beginnen. Aktuell sind fünf Handelspaare für die Kryptowährung geplant, gegen Dollar, Euro, Pfund, USDT und Bitcoin. Während die Coinbase-Notierung von Dogecoin zweifellos dazu beigetragen hat, das Wachstum anzukurbeln, erfolgte diese Ankündigung in mitten einer positiven Woche für die Kryptowährung. Dogecoin hat trotz der starken Einbrüche der jüngsten Zeit den Kurs Wiedererwarten recht gut gehalten und bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten. Dennoch bleibt der Meme-Coin deutlich unter seinem Allzeithoch. Die Marktkapitalisierung des Tokens hat nach dem Coinbase-Debüt der Kryptowährung ebenfalls ein gewisses Wachstum erfahren. Wir sind jedenfalls gespannt, wohin es Elon Musks Lieblings-Kryptowährung in Zukunft bringen wird. Sehen wir weiter, welche fünf Kryptowährungen neben Dogecoin noch am Trenden auf Twitter sind. Im Bereich der digitalen Assets ist Crypt-Twitter ein wichtiger Tastemaker. Sowohl Meme-Coins als auch seriöse Large-Cap-Anlagen können im Wert steigen oder fallen, je nachdem, wie ihr die Twitter-Horden gegenüber eingestellt sind. Riesige Kurssteigerungen und dramatische Rückgänge lösen oft Wellen der Unsicherheit oder Ängste, einen Trend zu verpassen auf der Plattform aus, welche in der Lage sind, große Kursschwankungen herbeizuführen. Ein Indikator, welcher immer mehr ins Gewicht fällt, ist das Twitter-Volumen, welches zwar nicht automatisch ein Zeichen für bevorstehende Kurssteigerungen ist, aber an Relevanz stetig zunimmt. Nun zu den fünf am meisten diskutierten Coins auf Twitter. Telcoin, TEL, plus 300% Twitter-Volumen. TEL ist eine 2017 auf Ethereum ins Leben gerufene dezentrale Kryptowährung, welche die Brücke zwischen Kryptos, Blockchain und der Telekommunikationsindustrie darstellen soll. Das Projekt zielt darauf ab, mit führenden Namen der Telekommunikationsbranche wie Verizon und AT&T zusammenzuarbeiten, um die Schwierigkeiten zwischen Abrechnungsplattformen und mobilem Geld zu beseitigen. Das Hauptaugenmerk von TELCOIN liegt auf dem Überweisungsmarkt, auf dem Western Union derzeit klarführend ist. TELCOIN arbeitet mit globalen Telekommunikations- und mobilen Geldplattformen zusammen, um Benutzern schnelle und kostengünstige digitale Überweisungen an mobile Geldplattformen und E-Wallets zu ermöglichen. Der zweite Coin, der auf Twitter aktuell heiß diskutiert wird, ist Polygon, Matic, plus 240% Twitter-Volumen. Polygon, ehemals Matic Network, ist die erste gut strukturierte, einfach zu bedienende Plattform für die Skalierung und Infrastrukturentwicklung von Ethereum. Die Kernkomponente ist Polygon SDK, ein modulares, flexibles Framework, das die Erstellung mehrerer Anwendungstypen unterstützt. Polygon ist eine Layer-2-Skalierungslösung, die von Binance und Coinbase unterstützt wird und darauf abzielt, die Massenakzeptanz von Kryptowährungen zu stimulieren, indem die Probleme der Skalierbarkeit auf vielen Blockchains gelöst werden. In den letzten Monaten ist das Gesprächsvolumen um Polygon auf Twitter wieder stark angestiegen. Was haltet ihr davon? iExec ist der führende Anbieter von Blockchain-basiertem, dezentralem Computing. Wobei die Blockchain verwendet wird, ein Marktnetzwerk zu organisieren, in dem Menschen ihre Rechenleistung sowie Anwendungen und sogar Datensätze monetarisieren können. Im Mai konnte iExec zuletzt mit dem größten Zuwachs an Twitter-Volumen glänzen. Es ist auf jeden Fall spannend mitzuverfolgen, was für Auswirkungen das auf zukünftige Projekte und letztlich den Marktpreis haben wird. Solana. SOL. Plus 525% Twitter-Volumen. Solana ist ein hochfunktionales Open-Source-Projekt, das auf die erlaubnislose Natur der Blockchain-Technologie setzt, um dezentrale Finanzlösungen bereitzustellen. Das Solana-Protokoll wurde entwickelt, um die Erstellung dezentraler Apps zu erleichtern. Es zielt darauf ab, die Skalierbarkeit zu verbessern, indem ein Proof-of-History-Consens in Kombination mit dem zugrunde liegenden Proof-of-Stake-Consens der Blockchain eingeführt wird. Wir sollten Solana auf keinen Fall aus den Augen verlieren, da DeFi-Lösungen unter anderem eines der wichtigsten Anwendungsgebiete der Blockchain darstellt. Ethereum Classic – ETC plus 321% Twitter-Volumen. Ethereum Classic ist ein Hardfork von Ethereum, der im Juli 2016 auf den Markt kam. Seit seiner Einführung hat Ethereum Classic versucht, sich von Ethereum zu unterscheiden, wobei die technische Roadmap der beiden Netzwerke mit der Zeit immer weiter auseinander geht. Eine Zeit lang als der Dogecoin-Nachfolger gefeiert, durchlebte ETC erst kürzlich eine riesige Kurssteigerung, welche sich seitdem jedoch wieder ein wenig nach unten korrigiert hat. Bevor es in diesem Video weitergeht, möchten wir dich auf unseren kostenlosen Newsletter hinweisen. Jeden Tag, an dem wir ein Video veröffentlichen, versenden wir einen Newsletter mit den Hintergrundinformationen zum Video. Darin teilen wir spannende Details und die eine oder andere weitere Insider-Information zu den Themen des Tages. Wenn auch du diese Insider-Informationen bekommen möchtest, kannst du dich über den Link in der Videobeschreibung einfach und kostenlos für den Newsletter eintragen. Von Dogecoin und den fünf heißesten Coins auf Twitter zu einem weiteren Star der Krypto-Szene, Ethereum. Die Einnahmen aus dem Ethereum-Mining übersteigen Bitcoin im Mai mit über 2 Milliarden US-Dollar. Fast die Hälfte stammten dabei aus den Transaktionsgebühren. Die Zukunft des Ethereum-Minings ist aber trotzdem ungewiss. Die monatlichen Mining-Einnahmen der Ethereum-Blockchain erreichten im Mai laut Statistiken von Coinmetrics über 2 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz dazu sind es knapp anderthalb Milliarden US-Dollar für Bitcoin. Im Januar lagen die Einnahmen der Bitcoin-Miner noch über denen ihres Ethereum-Gegenstücks. Zum Mining. Beim Proof-of-Work-Mining müssen die Benutzer ihre Rechenleistung für die Sicherheit des Netzwerks einsetzen. Es ist der Prozess, bei dem neue Transaktionen im Netzwerk verarbeitet und neue Token erstellt werden. Die Einnahmen aus dem Mining bestehen aus zwei Elementen. Blockprämien und Transaktionsgebühren. Jedes Mal, wenn jemand einen Transaktionsblock abbaut und zur Blockchain hinzufügt, erhält er eine festgelegte Anzahl neu erstellter Token. Zusätzlich erhalten sie auch die Transaktionsgebühren innerhalb dieses Blocks. Dank des aktuellen Booms an DeFi- und NFT-Projekten ist das Netzwerk stark überlastet, was es umso wettbewerbsfähiger macht, da sich die Gebühren an Angebot und Nachfrage anpassen. Dennoch übersteigen die Transaktionsgebühren die von Bitcoin noch immer, was sich in Zukunft jedoch bald ändern könnte. Zwei bevorstehende Ereignisse könnten die Mining-Landschaft von Ethereum potenziell langfristig verändern. Einerseits die Aufnahme von EIP-1559 in ein Netzwerk-Upgrade im Juli, auch London Hard Fork genannt, und der eventuelle Übergang zum Proof-of-Stake-Konsens. EIP-1559 oder London Hard Fork ist ein Ethereum-Verbesserungsvorschlag, der die ETH-Transaktionsgebühren verbrennt, anstatt sie an Miner weiterzugeben. Durch die Verringerung der im Umlauf befindlichen ETH-Menge könnte die Nachfrage nach dem Vermögenswert steigen und dadurch der Wert der Blockprämien in US-Dollar steigen. Ethereum-Miner sollten sich also nicht zu sehr an die Rekordeinnahmen gewöhnen. Gute Nachrichten für Ethereum-Halter gibt es allemal, denn es wurden im Rahmen des Ethereum 2.0-Updates über 5 Millionen ETH gestaked und sind somit aus dem Umlauf. Zum Abschluss haben wir noch eine besondere Nachricht für euch. Es gibt ein Elektroauto, das Krypto-Mind, während es geparkt ist. Der kanadische Elektrofahrzeughersteller Daymac hat ein kommendes Elektroauto angekündigt, das Bitcoin, Ethereum und Doge abbauen kann, wenn es aufgeladen oder geparkt wird. Laut der Ankündigung des Unternehmens vom 1. Juni soll das Elektroauto Spiritus im Jahr 2023 auf den Markt kommen und mit einer branchenführenden GPU im Preis-Gewinn-Verhältnis ausgestattet sein. Details zu den spezifischen Fähigkeiten der Mining-Hardware bleiben jedoch aus. Jeder Spiritus wird ein umweltfreundlicher Krypto-Miner-Knoten sein, der die Daymac Nebula Mining-Hardware, die Nebula-Crypto-Wallet und Solar-Lade-Funktion umfasst. Während die meisten Fahrzeuge an Geld verlieren, während sie in ihrer Garage stehen, verdient der Nebula-Miner Geld, während der Spiritus geparkt ist, heißt es vom Unternehmen. Das Unternehmen hat auch angekündigt, dass die Nebula-Wallet-App Staking-Funktionen für Fahrer bietet und Bitcoin, Ethereum, Doge, Cardano und mehr unterstützt. Daymac nimmt jetzt Vorbestellungen für das Auto entgegen und akzeptiert Krypto-Zahlungen in Dogecoin, Ethereum, Cardano und Bitcoin und arbeitet zusätzlich mit einer Vielzahl von Börsen zusammen, um Leasing-Zahlungen über Krypto anzubieten. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der ihre Autobahn-Maut, ihr Parkplatz und noch vieles mehr direkt mit Krypto bezahlt wird. Ihre Online-Rechnungen und ihr Bankgeschäft können über dieselbe Software-Plattform abgewickelt werden, die in Kryptowährungen bezahlt wird, sagte Aldo Baiocchi, Präsident von Daymac. Was meint ihr? Komplett unsinnig oder die Zukunft von Elektrofahrzeugen? Teilt eure Meinung in den Kommentaren mit uns. Wir halten fest. Nach Coinbase-Listing verzeichnet Dogecoin wieder Gewinne. Wir sind der Meinung, dass Dogecoin noch weiter steigen könnte, aber es handelt sich dabei natürlich um einen Meme-Coin und es dementsprechend mit Vorsicht zu genießen. Crypto-Twitters fünf heißeste Coins diesen Monat haben es echt in sich. An diesen fünf Coins, die aktuell auf Twitter trenden, sieht man auch, dass DeFi nach wie vor boomt. Wir sind der Meinung, dass Projekte wie Solana und Polygon weiterhin wachsen werden. Ethereum-Miner schreiben größere Gewinne als die von Bitcoin. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Ethereum Bitcoin überholen könnte und mit dem großen Anteil an Ethereum, der bereits gestaked wird, wurde das Ethereum-Netzwerk noch einmal sicherer. Wir setzen auf Ethereum als Wachstumsprojekt und sind davon überzeugt, dass der Preis von Ethereum weiterhin steigen wird. Zum Schluss haben wir über ein Elektroauto, das beim Parken Kryptowährungen abbauen kann, berichtet. Das ist natürlich eine Spielerei, aber dennoch spannend zu beobachten, dass Kryptowährungen immer mehr im Mainstream ankommen. Welche der heutigen Meldungen findest du besonders spannend? Schreib es uns in die Kommentare und denk an das Gewinnspiel. Unter allen, die das Video, wie du jetzt zu Ende gesehen haben, es liken und einen Kommentar abgeben, verlosen wir diese Woche eine Million Satoshis an Bitcoin, was umgerechnet derzeit 300 Euro entspricht. Damit wollen wir uns bei euch bedanken. Die wöchentlichen Gewinner geben wir am nächsten Montag bekannt. Wir haben außerdem großartige Neuigkeiten für dich. Durch den rasanten Aufschwung der Blockchain-Technologie haben sich in diesem Bereich immer mehr neue Jobs ergeben, welche das Doppelte an Gehalt anbieten. Sei es als Sachbearbeitung, in der Beratung, als Assistenz und vieles mehr. Es gibt immer mehr Unternehmen, die im Blockchain-Bereich tätig sind und Leute wie dich brauchen, die neben ihrer Hauptkompetenz auch ein Basiswissen über Kryptowährungen und Blockchain-Technologie haben. Dafür zahlen sie auch viel. Als Beispiel. Eine normale Sachbearbeitung bekommt durchschnittlich 34.000 Euro pro Jahr brutto. Bei einem Blockchain-Unternehmen verdient die gleiche Person mit dem nötigen Basiswissen 57.000 Euro pro Jahr. Und mit Detailwissen über Blockchain deutlich mehr. Egal in welcher Branche, es wird überall nach Personen gesucht, die neben ihrer Hauptaufgabe auch ein solides Basiswissen über Kryptowährungen und Blockchain mitbringen. Egal ob im Support, in der Administration, Sachbearbeitung, Buchhaltung, Logistik und vieles mehr. Berater verdienen hier sogar über 100.000 Euro pro Jahr, denn am Jobmarkt sind Personen mit Wissen über die Blockchain-Technologie absolute Mangelware. In unserer Akademie lernst du genau dieses Wissen, welches du benötigst, um fit für so einen Job zu sein. Du bekommst nach jedem Kurs ein eigenes Zertifikat auf deinen Namen, welches du vorweisen kannst. Wir empfehlen dir, diese Chance zu nutzen, denn das ist eine Investition in dich selbst und deine eigene Zukunft. Früher war es das Internet, heute ist es die Blockchain-Technologie. Sei dabei bei dieser revolutionären neuen Technologie und profitiere von den Jobmöglichkeiten. Als Bonus haben all diejenigen von euch, die sich für eine Jahresmitgliedschaft entscheiden, die Möglichkeit, an regelmäßigen Live-Calls teilzunehmen und Fragen zu stellen. Wir sind mit Leidenschaft dabei und möchten dir einen seriösen und professionellen Inhalt bieten. Aus diesem Grund bekommst du von uns eine 14-Tage-Geld-zurück-Garantie. Melde dich also am besten direkt an, um dir Krypto-Know-how anzueignen und von den hochbezahlten Jobchancen zu profitieren. Den Link dazu findest du unter dem Video.